Intermittierendes Fasten, also dieses 16-8 oder das Fasten allgemein, ist so in Mode wie noch nie zuvor. Ich bin ein Riesenfreund vom Fasten. Das ist richtig toll. Aber nicht, wenn ich nachhaltig abnehmen will. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Fitness- und Abnehmindustrie, die braucht halt immer wieder mal was Neues. Und jetzt ist das Fasten wieder halt Mode gerade. 95 Prozent von allen Bikini-Athletinnen, die auf einem hohen Amateur-Niveau unterwegs sind, machen halt das Gleiche. Die essen Minimum am Tag zwischen 5 und 8 Mahlzeiten. Warum willst du das Rad neu erfinden? Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Mein Name ist Andreas Kotte. Ich bin Gründer und Inhaber der Körperverwandlung, dem Programm, mit dem du es schaffen kannst, in wenigen Wochen in deinen Wohlfühlkörper zu kommen. Und das Ganze ohne Zungern und ohne einen Jojo-Effekt. Ich weiß, das klingt so schön, um wahr zu sein. Aber im heutigen Video will ich dir einen Einblick geben. Wir haben einen super coolen Schnupperkurs aufgenommen vor einigen Wochen. Und ich will dir heute in diesem YouTube-Video eines dieser Videos einfach mal zugänglich machen. Und wenn du Lust hast, den kompletten Kurs zu sehen, dann kannst du unten in der Videobeschreibung alles erfahren, wie du zu diesem Kurs kommst. Und ja, von meiner Seite aus ist es mir wirklich ein Herzenswunsch, dass wenn jemand sich nicht wohlfühlt, dass man einfach mal so ein bisschen ein Gefühl auch hat, wie ist denn das überhaupt mit uns? Und ja, ich bin gespannt, ob der Kurs seinen Zweck erfüllt. Deswegen schreib mir es doch gerne in die Kommentare, wie du den Kurs gefunden hast. Das heißt, sowohl in der Kursplattform als auch hier auf YouTube freue ich mich immer über ein Feedback. Und damit tust du nicht nur unseres Gutes, wenn du Feedback gibst, sondern hilfst auch dabei, dass die Message der Körperverwandlung einfach auch nach außen getragen wird. Denn der YouTube-Algorithmus, der macht es tatsächlich so, wenn du ein Like da lässt, ein Abo oder einen Kommentar schreibst, dann spielt dir das tatsächlich mehr Menschen aus, für denen das relevant sein kann. Also in dem Sinne sage ich dir jetzt erst mal vielen lieben Dank für ein Like, für ein Abo oder einen Kommentar. Und ich wünsche dir jetzt erst mal ganz viel Spaß in diesem Video. Und ja, wir sehen uns am Ende nochmal wieder. Wir gehen mal weiter. Und zwar haben wir jetzt das Thema Mahlzeitenfrequenz. Mahlzeitenfrequenz ist was, was heutzutage das so missverstandenste Thema überhaupt ist. Das Intermittieren des Fasten, also dieses 16-8 oder das Fasten allgemein ist so in Mode wie noch nie zuvor. Ich bin ein Riesenfreund vom Fasten. Das ist richtig toll. Aber nicht, wenn ich nachhaltig abnehmen will. Achtung auch hier. In meiner Karriere als Ernährungsberater und in der Zusammenarbeit mit mehreren tausend Frauen und in meinem allgemeinen Interesse für dieses Thema und im Austausch mit Menschen habe ich noch nie eine Frau kennengelernt, die nachhaltig, das bedeutet bei mir natürlich nicht nur ein paar Wochen, Monate oder ein Jahr, sondern darüber hinaus mit intermittierendem Fasten ihr Gewicht um mehr als 10 Kilo senken konnte und das Ganze auch halten kann. Und hierzu gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Fitness- und Abnehmindustrie, die braucht halt immer wieder mal was Neues. Und jetzt ist das Fasten wieder halt Mode gerade. Die Studien zeigen hier ganz klar, dass die Stoffwechselrate mit dem Fastener ganz klar abfällt. Und auch das ist evolutionär ganz leicht zu erklären. Gehen wir noch einmal in unseren Homo sapiens sapiens vor 40.000 Jahren zurück gedanklich. Nah am Äquator. Nahrung und Wasser waren ein Mangelangebot. Und wenn der damalige Homo sapiens sapiens nicht genug Nahrung bekommen hat oder auch Flüssigkeit, dann hat er bzw. unser Gehirn den Stoffwechsel einfach runterreguliert. Und heutzutage sind so typische Symptome kalte Hände, kalte Füße, wenn du länger nichts gegessen hast. Dein Körper fährt runter. Du kannst dir vorstellen, das ist wie der Stromsparmodus auf deinem Handy, wenn der Akku sich dem Ende neigt. Dein Körper fährt die Aktivität nach unten. Falls du jetzt merkst, boah, da will ich den kompletten Kurs sehen. Nochmal kurz zur Erinnerung. Unten in der Videobeschreibung findest du dort die Möglichkeit, den kompletten Kurs einzusehen und mal alles durchzuschauen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und sag mal, weiterhin viel Spaß. Im Wettkampfsport, den ich bis 2022 noch aktiv dabei war, eher so bis 2019, da habe ich noch richtig regelmäßig Bodybuilding-Wettkämpfe gemacht. Ich weiß, das ist jetzt nicht dein Thema und dein Ziel, aber ich sage mal immer, von den Besten der Besten kann man natürlich auch lernen. Das sagte mir ein Professor mal in der Uni. Er sagt, Andreas, warum willst du das Rad neu erfinden? Schau doch einfach, wie machen es die Besten der Besten. Und wenn ich jetzt mir so Bikini-Mädels anschaue, die am Tag des Wettkampfs so eine papierdünne Haut haben und total tolle, runde Muskeln aufbauen können, wie ernähren denn die sich? Und hier ganz klar 95 Prozent von allen Bikini-Athletinnen, die auf einem hohen Amateur-Niveau unterwegs sind, machen halt das Gleiche. Die essen Minimum am Tag zwischen fünf und acht Mahlzeiten. Das ist so der Durchschnitt. Es gibt Athleten, die essen noch deutlich mehr. Das müssen wir bei der Körperverwandlung jetzt nicht machen. Aber wir bei der Körperverwandlung, wir schauen, dass der Stoffwechsel nicht runterfährt. Aus diesem Grund heraus empfehlen wir mindestens vier Mahlzeiten pro Tag zuzuführen. Und falls du jetzt gerade denkst so, ja, aber bei mir und meiner Arbeit geht das nicht. Ich verstehe dich im ersten Moment und auch ich habe vielleicht damals in anderen Themen auch so reagiert, dass ich gesagt habe, ja, bei mir in meiner Situation geht das nicht. Eine Mahlzeit kann auch mal eine kleine Hand Nüsse sein oder ein auf dich abgestimmter Snack, der perfekt für dich dann auch passt. Und auch hier ist es wieder so, pauschal gesagt, vier Mahlzeiten am Tag solltest du zuführen. Am besten ist es natürlich, wenn diese Mahlzeiten natürlich perfekt auf dich und deinen Tag zugeschnitten sind, sodass wir dann nochmal nicht nur verhindern, dass der Stoffwechsel abfällt, sondern mit der richtigen Mahlzeiten-Auswahl wirst du es schaffen, deinen Stoffwechsel noch nach oben zu katapultieren. Aber das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen typabhängig. Was für einen Körpertyp hast du? Wie groß? Wie schwer? Was sind deine Vorlieben? Und dann natürlich auch zu sagen, okay, was ist dein Ziel? Und daraufhin passen wir das in unseren individuellen Konzepten dann auf die Teilnehmerinnen bei unserem Coaching an. Also wie gesagt, auch hier fang gerne mit vier Mahlzeiten an. Wenn du es genau wissen willst für dich, dann buch dir bei uns einen unverbindlichen Beratungstermin, in dem können wir dir dann quasi eine Strategie ausarbeiten, die ist komplett kostenlos und unverbindlich und die können wir dir dann einfach mit an die Hand geben und dann kannst du entweder mit uns die umsetzen oder du setzt sie natürlich alleine um. Das ist dann komplett dir überlassen. Ja, Mahlzeitenfrequenz, ich habe zwar noch ein paar Gedanken, aber ich will dir auch noch ein bisschen Luft lassen, falls wir uns persönlich kennenlernen und du dann nochmal von mir ein paar Sachen bekommst. Ich würde sagen, es reicht auch hier für dieses Video. Wir gehen ins Nächste. Also, ich hoffe, du hast einen kleinen Einblick bekommen. Natürlich ist das nicht im Ansatz so, wie wenn wir live eine Betreuung machen. Ja, also zum einen kannst du hier einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, aber wenn du sagst, ich möchte jetzt hier keinen Kurs anschauen, ich möchte direkt eine richtige Lösung haben, dann biete ich dir an, kostenlos einfach bei uns ein Erstgespräch zu buchen. Dort ist es so, wir bieten die Möglichkeit, dass wir erstmal deine Situation genau anschauen und dir mal zeigen mit einer persönlichen Strategie, wie du das auch schaffen kannst, wie so viele Ladies das einfach mit uns schon geschafft haben. und da kannst du dann entweder sagen, hey, ich nehme diese Strategie für mich mit oder du setzt das Ganze mit uns dann in der Praxis um. Also, trag dich gerne mal ein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und sage, ja, vielen lieben Dank für alles und wir sehen uns im nächsten Video. Körperverwandlung Melde dich, mach mit, hol dir den Körper, den du verdienst.